Knapp vorbei ist auch daneben, das könnte mein Motto sein, denn eigentlich wollte ich jetzt schon den Chart zeigen. Wir sind in den letzten Zügen, bald ist mein Rechner wieder voll einsatzfähig. Ich hoffe, dass ich heute noch dazustoßen kann und dementsprechend im Markt ein bisschen mitmische. Trotzdem will ich mich an dieser Stelle schon mal melden, denn bis jetzt ist doch der Markt relativ stark gewesen. Nicht so sehr verwunderlich. Wir hatten ja gesagt, dass charttechnisch einiges nochmal dafür spricht, dass der Markt noch ein bisschen nach oben geht, bevor es dann erst nach unten geht. Ja, aber wie kommt der jetzt bei so einem starken Markt da drauf, dass der Markt doch noch nach unten geht? Typischerweise wollte ich das am Wochenende mit einem Video machen. Das ging jetzt natürlich aus technischen Gründen nicht, werde ich aber nochmal nachliefern für das große Bild. Aber für all diejenigen, die trotzdem ganz gerne mal selber drauf schauen wollen auf den Chart, achtet mal auf die Bewegung, die wir seit dem letzten Tief hatten. Das war zwar schon nach oben, aber dann doch mit vielen Kursüberschneidungen. Diese Rücksetzer, die wir zwischendrin hatten, die überschneiden sich. Ich mache es jetzt mal so. Das ist ein Rücksetzer, das ist ein Rücksetzer. Wenn die groß voneinander entfernt sind, dann ist das eine coole Sache, weil das bedeutet, ja, natürlich macht der Markt mal ein Päuschen, aber mit Abstand dazwischen. Je mehr das aber Überschneidungen gibt, das heißt, diese Hochs mit diesen Tiefs hier überlappen, ist das richtig rum oder so rum? Ihr kriegt das schon hin. Also, ich muss gestehen, ich bin völlig überfordert. Aber wenn es diese Kursüberschneidungen sind, und das sehe ich sowohl beim Nasdaq, beim Dow Jones, beim S&P, dann ist das alles andere als das, was ich toll finde, um wirklich auf der Käuferseite massiv mit dabei zu sein. Im kurzfristigen super. Im Gegenteil, gab es sogar vorhin schon schöne Anstiege, dann heute Morgen dann, oder über Nacht und bis heute Morgen dann so einen wackeligen Rücksetzer, anschließend wieder nach oben. Das war ein Klassiker, wer das nutzen konnte, ich war selber jetzt leider nicht mit von der Partie, aber der hat sich da natürlich drüber gefreut, weil es so dieses klassische Muster ist. Die gesamte Bewegung seit dem letzten Tief, wann war das? Ich fliege mal kurz drüber. Ich habe im Hintergrund jetzt so einen ganz einfachen Chart jetzt hier, das war so am 24.07. Dann, seit dem Tief ist das alles andere als jetzt wirklich überzeugend aus der bullischen Sicht. Deshalb passt es ja eigentlich hervorragend, was ich eigentlich letzte Woche schon im übergeordneten Bild gesagt habe. Ein letztes Mal müssen wir noch hoch. Ob es das letzte Mal wird, werden wir wohl noch sehen, aber es deutet sich mehr und mehr an, dass die Marktteilnehmer nicht mehr so richtig Bock, vielleicht eine komische Formulierung, oder Nut haben, jetzt noch long zu gehen. Also, es sieht dann nachher aus, als ob da ein bisschen Ungemach passieren könnte. Ich lasse es mal bewusst so sehr im Konjunktiv, noch sind wir auf der Aufwärtsseite, noch gilt, solange die Aufwärtsseite diese Schübe eben hat, mitnehmen dieses Wackelige runter, so wie heute Morgen. Wer Augentraining machen will, guckt sich den Dow Jones. Das war einer der schöneren Vertreter an. Beim DAX sieht das Bild eigentlich komplett anders aus. Dort hatten wir seit unserem letzten Hoch einen sehr typischen Rücksetzer mit zwischendurch einer Unterbrechung auf der wackeligen Aufwärtsseite. Und jetzt allerdings, während der amerikanische Markt mehr oder weniger so und mit diesen Kursüberschneidungen nach oben wackelt, kommt der DAX relativ zügig nach oben. Aus meiner Sicht könnte das jetzt so die erste, die A-Bewegung sein, in einer ABC, die der DAX jetzt tapfer nach oben macht, um dann wieder synchron zu den Amerikanern zu fallen. Dann allerdings in seiner nächsten Bewegung. Deshalb der Hinweis, der DAX vielleicht sogar als Vorreiter der Bewegung. So, wem das Ganze jetzt hier zu theoretisch ist, nur mit meinen Händen hier vor euch, dem sei noch mal ein letztes Mal gesagt, ja, es tut mir furchtbar leid. Ganz lieben Dank für die tollen Feedbacks dazu auch und das viele, viele Verständnis. Es ist fast schon wieder alles aufgesetzt, aber ihr wisst, man freut sich auf einen neuen Rechner, aber sagt sich, oh Gott, den muss ich jetzt ja wieder fertig kriegen hier. Und das ist nicht so ganz so einfach, je umfangreicher die Systeme da ineinander greifen. Aber die Tat ist tatsächlich fast vollbracht. Ich bin davon überzeugt, morgen geht es wieder in normalen Schritten weiter. Wieder ein Video am Chart. Dann werde ich auch noch mal hier an dieser Stelle hier bei Finanzmarktwelt.de dann einen Nachtrag leisten, was das übergeordnete Bild angeht. Und dann gibt es auch wieder den Trade des Tages, der heute jetzt aus diesem Grund auch leider ausfallen muss. Deshalb noch mal einmal bitte kurz um Aufschub gebeten bzw. um Verzeihung gebeten, was das angeht. So, in diesem Sinne, euch allen jetzt ganz, ganz viel Spaß draußen an den Märkten. Nachher hoffe ich, heute Abend stoße ich noch mal wieder dazu. Auf der Käufer- oder Verkäuferseite, kurzfristig Käuferseite, Verkäufer ist noch zu früh, aber mit der Sorge, dass das uns vielleicht irgendwann jetzt dann doch um die Ohren fliegt. Aber noch nicht vorgreifen, denn im Moment geht es ja noch tapfer nach oben. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.